Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Schalke 04 und wir stehen hier vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach und ja sollte ich beim letzten Mal irgendwie über diese Spielansetzung geschimpft haben wer sich so einen Quatsch ausdenkt und warum FIFA so einen Mister macht da habe ich in dem Zeitpunkt nicht bedacht, dass das hier ja auch in Würdigkeit so ist Schalke spielt auch in Würdigkeit kurz nach dem Spiel, ja kurz nach dem Spiel gegen Gladbach auch im Pokal gegen Gladbach, nur dass hier Auswärtsspiel ist erneut und in Würdigkeit war es ja ein Halsspiel zum Aufnahmezeitpunkt ist es hier gerade einen Tag nach dem Pokalausfall von Schalke gegen Gladbach also so wisst ihr schon mal wie weit im Voraus ich aufgenommen habe es ist jetzt gerade Folge 20 und zu dem Zeitpunkt wo Schalke rausgeflogen ist kam gerade mal Folge 11 oder so online ja, das Aufnehmen klappt sehr gut dieses Mal, das Rendern, Bearbeiten und Hochladen klappt nicht so gut, ja, Rendern und Bearbeiten ist nicht so schlimm naja, Rendern dauert vielleicht ein bisschen und Hochladen dauert sehr lange also diese großen Videos, die ich auf der PS4 aus aufnehme und dann trotzdem noch Rendern dauern extrem lange, unter drei Stunden ist da nichts drin, was ein Video hochladen muss deswegen seht mir nach, ich will den PC nicht die ganze Nacht anlassen, das geht nicht, dann kriege ich ja, ich wohne noch zu Hause, Leute, ich wohne noch zu Hause, falls ihr sowas alles mal wissen wollt, dann könnt ihr mir gerne Fragen stellen immer mal wieder bei Facebook oder Instagram gibt es da Videos, wo ihr Bilder vor allem, wo ihr mir Fragen stellen könnt, also auf jeden Fall unbedingt den Hansa-Fan bei Facebook und Instagram folgen Links natürlich in der Videobeschreibung oder einfach nur facebook.com slash Hansa-Fan1990 hinterhängen und dann habt ihr schon genauso wie bei Instagram auch, also Social Media Links immer rauschecken, da gibt es immer neueste Infos und Meinungen und Bilder aus meinem Privatleben auch mal vielleicht dürfte interessant sein, letztens durfte ich, ja, Miss Hansa-Fan vorstellen äh, mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen, ihr könnt Fragen in die Kommentare hauen gehen wir mal rein, jetzt ins Spiel, gegen Borussia Mönchengladbach zuletzt gab es ja nur ein müdes 0-0 gegen FC Anderlecht in der Euroleague in der Krise stecken wir weiterhin äh, drinnen, Platz 13 vier Niederlagen aus neun Partien drei Siege, zwei Unentschieden nur sechs erzielte Tore wir sind mit Darmstadt zusammen, mit Darmstadt und Ingolstadt zusammen der schwächste Angriff der Liga und das mag schon, äh, was heißen von daher, ja, alle sechs Tore hat Klaas von Hüterle erzielt auch das muss gesagt werden von daher, mhm mal schauen, wie wir hineingehen ich bin jetzt gerade, ich hab jetzt ne Weile nicht aufgenommen ne Woche nicht, jetzt bin ich jetzt nicht bläh, deswegen bin ich mir nicht mehr ganz bewusst äh, wie wir zuletzt gespielt haben so bei Weltklasse bleiben wir aber noch ich möchte mich da durchbeißen so, ähm, Goretzka Geis hat ja ein böses Foul durchgezogen dagegen André Hahn und die Santo, der hat ja zuletzt gar nichts getaugt also ich weiß nicht so recht, ich glaube wir stellen ja, wir haben ja sowieso mit 4-4-4-2-3-1 gespielt logisch da bleiben wir erst mal bei Kostic auf der linken Seite Meier hinter den Spitzen und rechts Leroy Sané die Santo und Schupo auf der Bank Heuberg, Goretzka Geis Ushida, Matip, Höwedes, Aogo wir haben ja auch Nastasici dabei der ja auch wieder fit ist kommt zumindest in den Kader hier für Vadillo und auch in die Startformation für Joel Matip, der ja eine ganz schlechte Form hat momentan so, Aogo bleibt dort erstmal der ist ja relativ souverän Ushida oder Kaisara ist die Frage wir starten heute mal mit Ushida in der Euroleague hat Kaisara gespielt so, Spurning haben wir auch noch dabei dann haben wir Enriques den müssten wir auch mal wieder mitnehmen für wen nehmen wir den denn mit heute? für Kaisara Höger außen vor lassen will ich auch nicht unbedingt weil Höger ist doch so ein Allrounder da Heuberg, eventuell eine Pause geben der ist auch schlecht in Form den Enriques möchte ich schon gerne mal wieder eine Chance geben auf jeden Fall würde ich jetzt nicht sagen geben wir ihn mit hier für für Heuberg oder doch Kaisara so, ihr wisst ich hab's gerne ein bisschen geordnet so und dann würde ich sagen starten wir hinein in die Partie gegen Borussia Mönchengladbach das wird eine schwere Partie aber irgendwie müssen wir uns ja aus unserer bitterbösen Krise rausarbeiten und noch ein klein bisschen mehr drauf geben immer ein klein bisschen mehr so, hier haben wir schöne Volleyaktion mit Hünteler der immerhin mal das Tor trifft bei Schalke zumindest hier im Let's Play na, der nicht Bundesliga Borussia Park Mönchengladbach gegen Schalke 04 die krisengeschüttelten Schalker nicht so gut gestartet letztendlich unter dem Hansa Fan es wird Herbst, liebe Leute es wird Herbst Regen streitet ein und dann die Tabelle Klappbach momentan sogar Tabellen zweiter passt ja perfekt passt ja wirklich perfekt also warum denn nicht wann sollen wir die Sonne schlagen wenn nicht jetzt wann dann Mannschaften lauf mal auf wir haben ein Debüt bei Gladbach und zwar Philippe Santana der Ex-Steiger wird heute zum ersten Mal für die Fohlenelf auflaufen da haben wir ihn mit der Rücke Nummer 2 in der Startformation in der Verteidigung der Borussen sehr interessant also der Ex-Steiger macht heute also sein erstes Spiel Ruhlbrau aus dem Kapitän führt die Mannschaft an natürlich auch Korb dabei und natürlich im Tor Jan Sommer da haben wir die mitgereisten Schalker Fans die auch nicht stimmen und machen werden da haben wir Josef Drimic neu zugang vom Bayern 04 Leverkusen der wird heute im Sturm agieren ich bin gespannt wie seine Form so ist ob wir da noch ein paar Einblendungen zu bekommen da haben wir auf jeden Fall den Schalker Kapitän Benedikt Höwedes der hat auch müssen Stabilität sagen sorgen soll Matija Nastasic ist zurück an seiner Seite da haben wir ihn Philippe Santana 29 Jahre jung Brasilianer Rückkehr Nummer 2 bei Borussia Mönchengladbach im Sommer gekommen bei Schalke war er aussortiert und jetzt geht's los Schalke im Blau-Weiß hat Anstoß von rechts nach links die Königsblauen Gäste Hüntelar einzige Spitze Meier dahinter zuletzt gab's weniger erfreutige Ergebnisse Aogo Goretzka schlechter Pass von Leon Goretzka da Zlimic gleich wieder mal der schnelle Ballverlust der Schalker Hahn nimmt Korb mit Andre Hahn Aogo dazwischen klärt immerhin zum Einwurf wieder unnötiger Ballverlust da von Leon Goretzka mit im Spielaufbau jetzt hat mal Harvard Nordfighter Norweger immer noch Nordfight legt ab für Rafael Nastasic ist da Wendt Stindl Drimic 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 macht's als Nurgladbach Schalke kommt nicht hinten raus mal wieder hier schön abgelegt von Drimic Ernst Oskar Wendt auf Stindl der wieder auf Drimic sich mal drehen kann total freiem Schraub abziehen kann und den auch noch eiskalt nach sechs Minuten zum 1-0 verwandelt klasse Schuss des Schweizers keine Chance für Ralf Bermann 1-0 für den aktuellen Tabellenzweiten Bereits sein achtes Saisontor hier nach sieben Minuten und Schalke die Krise verschlimmert sich früher Rückstand hier im Borussia Park hätte besser nicht anfangen können Sunny auf den Stieder wieder Fehlpass im Spielaufbau Lars Stindl und jetzt muss es Gladbach schnell machen wieder Nico Schulz gekommen von HETA BST Berlin Nico Schulz Klasse von Nastasic aufgepasst Geist auf Max Meier nimmt Sané mit Leroy Sané Brauers der erfahrene Ruhe Brauers läuft den Ball ab Nico Schulz immerhin Meier zum Einwurf Bent Meier hat den Ball eigentlich schon Korb gut aufgepasst Ushida Sané Fehlpass Sané es geht weiter bei Schalke Spielaufbau Null Langer Ball nicht erfolgreich Goretzka mit der Grätsche überhastet da Abspiel überhastetes Abspiel da keine Chance Meier diesen Ball auch nur ansatzweise irgendwie zu bekommen Seitenwechsel da von Gladbach nach Nordweit Wend das war Sané Hünteler auf Meier Meier durch auf Hünteler Hünteler und Sommer da war sie die erste Chance für Schalke sah auch gar nicht mal schlecht aus Hünteler aber den muss er besser vollenden gibt Ecke für Schalke natürlich Aufgabe für Johannes Geis Sommers draußen Sané auf Aogo zurück Ushida Goretzka Johannes Geis Flanken hinein Hünteler kommt nicht ran Santana wieder verlagert die Seite Sané viel zu weit in der Mitte Schulz Rauas legt den Ball zu weit vor Hünteler holt sich den Ball Geis auf Goretzka Goretzka wieder muss doch der Ball kommen darf doch nicht wahr sein Leon Goretzka ganz ganz schwaches Abspiel da Entweder muss er selber raufziehen und der Ball muss kommen vernünftig selber abschließen war schwer die Option zum Spielen war schon richtig aber der muss natürlich viel viel besser kommen genau in die Beine da getreten klasse den Ball erobert dazu vor von Hünteler Sané bleibt am Wend hängen der Platz Wend Schultz Korb da ist Hahn völlig blank Aogo klasse Grätsche Santana Gegner Ogo Brauers Schalke muss eher nachrücken Hünteler kann Meier Schick Gern Santana passt auf Hünteler bringt Meier auf die Reise und das war ein Foul von Ruhe Brauers klares Ding ne ergibt das Stürmer Foul nein nein das geht rot für Ruhe Brauers Entschuldigung hab ich mich verguckt Ruhe Brauers sieht die rote Karte wegen Notbremse Grätsche von hinten das kommt es doch ja war die erste Munde doch richtig weiß nicht hab da Meiers Reaktionen viel interpretiert Sommer hat den Ball Schohmeier hätte die nicht mehr erlaubt bekommen deswegen war die Grätsche von Brauers sehr sehr fragwürdig von hinten letzter Mann und gleich der Wechsel Drimic raus der Torschütze geht Toni Janschke kommt gleich taktische Veränderung von André Schubert an der Seitenlinie bei Gladbach und Freistoß für Schalke Johannes Geis geht knapp drüber Schalke ist aber eine ganze Halbzeit in Überzahl vielleicht können sie das besser ausspielen der Freistoß von Geis ein tickt hoch angesetzt ist auch nicht ganz mit sich zufrieden da man sieht ob Schalke das noch weiter ausnutzen kann Sommer mit dem Abschluss Wendt Schulz muss besser kommen die Oberung muss besser sein Körper vorstellen da schon mal Pause also Führung für Gladbach Schalke in der letzten Viertelstunde etwas besser Gladbach hat das Spiel nach vorne eingestellt in einen Pass von Hinterländer nach vorne auf Meier den eigentlich nicht mehr erlaufen hätte können da Gretsch von hinten weg gibt die rote Karte kann man durchaus so geben und jetzt Schalke die ganze zweite Halbzeit in Überzahl und man muss dann Rückstelle herlaufen mal gucken ob es uns das schaffen wir werden erstmal auf jeden Fall umstellen auf zwei Spitzen na wo ist das System hier so Meier wird dann rechts spielen links natürlich bei Kostic und vorne kommt Enriques mit dazu neue zweite Spitze also drin neben Hünteler Angelos nee Angelo Enriques hinein junger Stürmer Leihgabe in der hohen Kaufoption geholt worden aber ja das war ja das missgeschickte Platte sicherlich hätte ich Platte auch einfach so zurückholen können aber naja so Hünteler hat Gelb gesehen warum auch immer jetzt Angelo gleich mal mit der Ballerobrung Angelo und da gibt es den nächsten Foul von Toni Janschke auch das muss Gelb geben mindestens da wäre Angelo durch gewesen es gibt die Gelbe für Toni Janschke kam ja gerade erst rein erster Zweikampf kommt gleich mal Gelb 47 warum Hünteler jetzt Gelb gesehen hat noch in der 45 weiß ich nicht was da los war ja weiß doch nicht was die klappt war da zu diskutieren mir Angelo legt sie den Ball da vorbei und dann kommt die Gretche klar von Toni Janschke gibt die nächste Freistellssituation für Johannes Geis oder auch nicht nee lass mal Philipp Kostic jetzt ran Knapp drüber wie auch von Johannes Geis vorhin Kostic hat es immer versucht vereint eine Position für den Linksfuß auch ist also legitim dass er sich versucht aber einen Tick zu hoch angesetzt der Ball Mauer springt noch nicht mehr hoch Höwedes holt sie den Ball Hünteler links raus auf Kostic Hünteler bleibt hängen Geis bleibt auch hängen Goretzka gutes wachsam Kostic ah Nordfighter vor Hünteler am Ball Korb aber im Aus also Schalke kann es Gladbach doch ein bisschen unter Druck setzen Johannes Geis Goretzka Ushida gutes Auge für Max Meier aber da ist Nico Schulz da gut aufgepasst holt sie den Ball auch noch Wendt Ushida mit einer bösen Grätsche Goretzka nimmt auch nochmal einen nach jetzt wird es Gelb geben für den Schalker erstmal für Leon Goretzka sogar naja nu ob man dafür jetzt Gelb zücken müsste für das V von Goretzka Ushida hätte ich eher gesehen eingesehen dass es Gelb gibt hier gibt jetzt die gelbe Karte ja gut doch er mäht ihn da schon ein bisschen um hör auf kann man richtig ablesen davon den Lippen jetzt geht Nico Schulz raus es kommt Patrick Herrmann ins Spiel frischer Mann für die rechte Seite bei Gladbach beziehungsweise für die linke Seite ich würde jetzt zu können wissen ob Ushida auch gelb sah Meier was macht er da muss er natürlich besser verteidigen das Ding beziehungsweise den Ball den Körper folgen ja Ushida ist auch gelb okay ja Viertelstunde schon gespielt 20 Minuten schon gespielt in der zweiten Halbzeit Schalke kommt noch nicht richtig nach vorne jetzt geht auch André Hahn raus vielen kommt Ibrahima Traurig in die Partie Raphael Stinde jetzt im Mittelfeld jetzt mal wieder Klapper trauen sie nach vorne auch in unterzahl Raphael und Korb gut aufgepasst von der Ogo pass auf Kostisch war ganz schlecht der kann den Ball nicht verarbeiten dieses halbhohe Ding da kein Abseits von Traurig und Fährmann gute Möglichkeit für Gladbach weil Schalke es zulässt weil die Schalker es zulassen sie kriegen die beiden nicht konsequent geklärt wenn sie ihn mal kriegen wieder also weil Gladbach auch in unterzahl vorne ist wird es gefährlich Schalke hat ganz ganz große Probleme sich erstmal Chancen zu erspielen und auch um die Dinger hier konsequent zu verteidigen da geht Traurig kurz zum Stindl und Geist kann den Ball nicht erobern denn er hat gefoult Mann diese Probleme im Spielaufbau gehen mir richtig auf den Geist so Hüntela und Enrique ist in der Mauer verstehe ich absolut nicht jetzt ist keiner vorne Horetzka ja siehs mal da ist keiner vorne Hermann auf Nordfeit naja so will wir wieder wechseln für Hüntela kommt die Santo und für Chubomuting äh Chubomuting kommt für Maia dafür frische Offensivkräfte da drin haben Doppelwechsel deswegen hier bei Schalke auch der einzige Torschütze von Schalke geht raus total wirkungslos heute der Franco die Santo mal wieder mit im Einsatz hoffen wir mal dass für ihn mal endlich der Knoten platzt Muschida Luretzka Enriquez Chubomuting Flanke kommt auf den langen Pfosten die Santo wird da von Sommer getroffen Gladbach will gar nicht schnell nach vorne spielen Hermann jetzt mal Hermann der schnell nach vorne da geht Oschida muss hinterher Hermann ist schnell Hermann gutes Auge für Raphael und Fährmann lenkt das Ding an die Latte Goretzka belagert nach Kostic der auf die Santo und Kostic in die Arme von Sommer kann nicht wahr sein der muss rein Schalke wird jetzt erst wach Uschida Geis oh schwacher Ball von Johannes Geis Mann Wendt Wendt Chubomuting Wendt setzt sich durch und Oschida mit dem Foul wird die gelb-rote Karte geben bin ich mir absolut sicher das zieht der Schiede hier konsequent durch so ist es gelb-rot für Atsudo Uschida der ihn nur wegblockt jetzt ist es 10 gegen 10 Schalke konnte 40 Minuten nichts absolut nichts aus der eigenen Überzahlsituation machen und jetzt hat Gladbach die große Chance das Ding nach Hause zu fahren Uschida er blockt ihn ab ist es jetzt zwingend gelb ich weiß nicht da war weit und breit kein einziger Spieler der Gladbacher da allein deswegen ist es schon eher das Foul unnötig von Uschida aber das hat Gladbach nicht gut gespielt Kontermiligkeit Chubo Muting Chubo Muting rennt da in den Mann rein kriegt aber den Freistoß Enrique es darf nicht wahr sein Mann nee danke von Geis kommt nicht rein so kann man keine Tore schießen Schalke absolut ungefährlich im Spiel nach vorn gibt es 2 3 2 3 3 4 4 7 8 8 9 15 16 21 25 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020